Okay, I hopefully removed the glare a bit. Maybe darker in the video. So, ich habe jetzt erstmal die Lampe hier im Hintergrund noch ein bisschen verändert, sodass es jetzt hauptsächlich nicht so viel spiegelt. Ich hoffe, man kann das trotzdem noch sehen. Ja, müsste man eigentlich so etwas sehen können. So, jetzt werde ich mir mal hier so einen Rod nehmen. Das ist der AZ31X, das ist der AZ31X. So, ich hoffe, der ist jetzt trocken hier noch. I put this now from the top down there. And I will try to get more powder. More powder still in there. Okay, maybe that's enough now. What do I need to get more powder? Oops. Oh, dear. Maybe this is a... 61. 61. Oh. AZ61. Okay. Maybe just put this in there from the top. I don't know. I'm doing this the first time now. So, it's pretty live now. Not tried before. So... Yeah. You will see what I will see now. As a result. So, ihr werdet jetzt das zum ersten Mal sehen, weil ich auch zum ersten Mal sehe. Ich hab's noch nicht vorher geprobt. Okay. So, maybe I should just... Oops. Oh. It's not so easy. Maybe I should have done it the other way around. Maybe this way. First. Maybe we can see it. Push it low. From the other side. Into there. No. 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 No debris move from the other side. Hm. Not so easy. Okay. Hm. Alright. Um. The battery is all ready. Okay. We'll see it again. We'll see it again. Okay. Bye. Bye. I will come back. In a moment.